Hallo meine lieben Freunde, ich bin es wieder euer Robin Hood, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Divinity Original Sin 2, wir haben heute den 21.08 Uhr, 18.45 Uhr. Ja, und wir fahren fort. Ja, und ich bedanke mich nochmal für 183 Abonnenten, sind ein paar Leute dazugekommen. Ja, dann begrüße ich euch auf meinem Kanal. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, die letzten beiden Folgen, die letzte Folge war geil, die vorletzte war auch geil. Ja, sieht alles sehr gut aus. Wir haben jetzt 64 Spielstunden auf der Uhr. Ja, und wir sind noch lange nicht fertig. Ist momentan mein Hauptprojekt auf meinem Kanal. Wenn ihr mal was anderes sehen wollt, man kann jetzt auch nicht, die hört nicht aus zu sappeln. So. Ja, wenn ihr mal, oder neue Zuschauer, wenn ihr mal was anderes auf meinem Kanal priorisiert haben wollt, was ich Let's Play, dann schaut einfach mal in meine Playlist rein. Da habe ich sehr viele angefangene Projekte. Ja, und da könnt ihr euch was aussuchen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann werde ich für euch, ähm, dieses Spiel, was ihr sehen wollt, auch weiterzocken. Und da sind sehr, sehr viele Projekte. Alles klar. Da oben sehen wir eine rote Flagge, die sich bewegt. Ja, kenne ich schon. Ähm. Müssen wir mal überlegen. Ja, der, die Bestie, das ist ja eigentlich, müssen wir mal sehen. Roten Elster. Werden wir mal wieder zum... Ein Elfer kann er auch sein. Ja, ein Elfer hat natürlich andere Vorteile. Ich habe ihn ja als Ärzte, damit er überreden kann. Wir können ja mal gucken, was die Elfe macht. Ja, das sieht aber ganz anders aus. Mhm. Ja, das Schwert, das ist echt geil. Ach, so sieht die Elfe jetzt aus, ja. In der letzten Folge hat das Schwert haben wir bekommen. Extrem für ein Einhandschwert. 40 Damage. Und, ja, Stufe 15. Unten rechts seht ihr den Wert. Das ist einzigartig. Das gibt es wohl nur einmal einzigartig. Es gibt ja auch Episch. Episch ist mit das Allerbeste, aber einzigartig. Und in der Preis 3.140 Gold. Ja, damit ist er gut unterwegs. Und dann eben das auch noch. Das ist zwar nur gewöhnlich. Aber ist... Ja, hier, seht ihr ja. Goldener Schild des Schwarzen Rings. Und das ist auch Schwert des Schwarzen Rings. Das haben wir in der letzten Folge bekommen. Und er trägt jetzt die Eisenschienen, die epischen. Und auch die Stiefel. Und dann hat er hier auch noch... Auch episch. Der wurde auch gedroppt. 60 magische Rüstung. Ich wollte mal was gucken, was die Elfe jetzt bringt. Ja, hier wird es nichts geändert haben. Hier wird das was geändert haben. Ja. Er hat immer noch Überredung 4. Hier ist noch ein Punkt vorhanden. Ja, ich will die Punkte aufsparen. Also noch nicht verteilen. So, dann werden wir ihn jetzt aber erstmal wieder... ...zum Zwerg machen. So. Jetzt ist er wieder die Bestie. Ähm, ja. Und ich würde sagen... ...wir sind gut ausgerüstet. Obwohl... ...wir müssen... ...mehr Essen haben. Am besten... ...wir haben sehr viel Essen hergestellt. In der letzten Folge. Ähm... Wo ist denn das Essen? Das haben wir Mirella gegeben. Das sind 20 Stück. Und das macht 20 Lebenskraft. Und sehr gut. Ähm... Muss ich kurz überlegen. Auf... Halt! Nein! Ach Mensch. Jetzt hat sie es aufgegessen. Ja gut. Nicht so tragisch. Gegenstände aufteilen. Sie soll davon... Ja. Fünf haben. Nein! Lass mal reinkommen hier. Ähm... Gildenstand aufteilen. Nochmal fünf. So. Nochmal das Ganze. Sie hat sie jetzt vier. Ja, sie hat noch mehr. So. Das geben wir jetzt einmal... ...lossee. Einmal die Bestie. Sibylle. Sibylle. So. Normalerweise. Ja, das muss noch ausgerüstet werden. Machen wir erst mal... ...bei lossee. Dann mal nochmal rein hier. Jo. Kommt hier rein. Das ist ein normaler Eintopf. Hier ist das Abendessen. So, lossee hat das. Jetzt kommt der Zwerg. Jetzt müssen wir aber auch da reinsetzen. So. Hier kommt Sibylle. So. Marella. Hier ist frei, hier der Platz. Marella. So, vier Stück. Das müssen reichen. Ist das... Da ist es drin, ja. Gut. Schriftrollen der Wiederbelebung. Muss auch hier... Moment, was ist hier los? Sie hat vier Stück. Schriftrollen der Wiederbelebung. Das war Marella, ne? Sibylle. Muss... Jeder Charakter muss das haben. Nee. Sie nicht. Ja, wir haben welche benutzt. Ich würde sagen, das wird aufgeteilt. Ah. Zwei. Zwei. So. Die festsehe. Und sie tippt an Sibylle. So. Jetzt schauen wir nochmal durch. Und dann sind wir auch gleich startklar. Zwei hat... Lossee, ja. Noch nicht, ne? Doch, auch zwei. Sibylle hat auch zwei. Und Marella auch. So. Dann sind wir eine für sich. Ähm... Speicher. Wir sind... Ne, eine Stufe aufgestiegen sind wir nicht. Aber wollen wir mal gucken... Ob die wieder Schriftrollen der Wiederbelebung hat. Weil sie hat hier den besten Preis. Ja. Hat sie wieder. Die müssen wir immer nachkaufen. Aber wir haben 5000 Gold, wie ihr seht. Und... Einen Moment, zeige ich euch mal. Drei Stück. Ja. Brauchen wir. Hm. So, und sonst... Ja, haben wir alles. Sollen wir mal sehen, was wir hier für ein Quest haben. In der Klemme, ja. Ich weiß nicht, wo der ist. Magister, wir könnten der Untersuchung ein Ende machen. Untersuchung... Ja, verstehe ich auch nicht. Da kommen wir auch nicht weiter momentan. Da steht der Typ und wir haben mit ihm schon gesprochen. Hat nicht funktioniert. Ähm... Na ja, und wo wir keine Flaggen haben, können wir auch nichts auf der Karte sehen. Peindliche Übernahme. Auf der Straße fanden wir eine Blutspur. Jemand ist hier gestorben. Aha. Da können wir rüber marschieren. Nach... Westen. Ja, dann machen wir das auch. Und spielen die Kinder. Und lassen wir mal spielen. Aber wir machen das jetzt. Werden das Gegner da hinten. Werden das. Werden die Kinder? Na ja, die Kinder. Werden das? Wie? Warte. Wir haben das. Man muss nicht so gut fühlen. Wir haben das. Wir haben hier ein Karte. Aber wir haben hier noch komplett miteinen. Dafür was wir das? Wir haben hier wirklich etwas Karte. Werden das? Einwerfen, dass du in der Tat eine Quelle margrieren bist, die anderen Magister der Stadt aber kein Interesse daran hatten, dich zu ergreifen. Deine Waffe ziehen. Sollten wir platt machen können. Man kann sie auch überreden, dann müssten wir wieder den Zwerg nehmen. Aber ich glaube wir entscheiden uns für einen Kampf, weil die droppen nachher gute Sachen, denke ich mal. So, wer ist dran, die Bestie hier. Ja, der kann jetzt auch springendes Schild. Und er kann den Schlachtfeldstampfer machen. Die sind beide sehr mächtig, kann lossehe auch. Ähm, den erstmal gucken wir erstmal. Armlos. Armlos. Ja, armlos. So. Kann er gleich mal... ...sehr mächtig. Bleiben gleich beide getroffen. Noch den Schlachtfeldstampfer hinterher. Geht das noch? Nein. Gut. Magische Rüstung haben sie nicht, ne? Nein. Der Steinert. Lossehe soll jetzt nicht sich abpacken hier auf dem Eis. Wo ist Lossehe? Da ist Lossehe, ne? Gut. Was ist das hier? Na, harmlos. Den müsste sie mit einem Schlag vernichten. Die ist ja noch stärker. Mit dem hier. Seht ihr hier. 300 bis 334. Damage. Der ist down. Und der andere wahrscheinlich auch. Doppel. Finish. Aber es gibt natürlich auch Erfahrung. So. Hm. Dann werden wir uns noch alle ermutigen. Fantastisch. So, Sibylle. Na, das ist sowieso Lockdown. Die haben noch magische Rüstung. Das ist klar. Der natürlich auch. Wir brauchen da aber kein magische Rüstung. Wir können das machen. So, die magische Rüstung ist weg. Und er schläft. So, jetzt müssen wir nur noch eine Leiche. Wieder erwecken. So, wunderbar. Die schläft. Wir gehen erstmal an den Zauberer ran hier. So, jetzt wird es lustig. 200 Damage. Myrella. Er schafft erstmal. Boah, elementar. Inkarnation. Aus Blut. ja 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 schattendurchtränkung macht uns unsichtbar hat er noch magische rüstung nein das wird jetzt ein schönes so jetzt kommt unsere inkarnation physische rüstung hat er noch physische leider schon chameleon umhallen da sind wir unsichtbar auch physische rüstung da machen wir uns erstmal unsichtbar unsichtbar test mobbing angreifen kann aber immerhin 84 kann er den da müssen wir eine runde noch warten dann nehmen wir den schlachtfeldstampfer so losse schlachtfeldstampfer macht spaß die Pille ich glaube verfehlt das ist aber nicht so tragisch wir testen das einfach mal mit den Flügeln haben wir noch gar nicht getestet so ja flug so wir werden jetzt genau an wie weit kommst du denn mit deinen Flügeln ach sie ist verkrüppelt das kennt jetzt natürlich nicht so das sollte jetzt gereicht haben das klappt auch nicht der muss ihn näher ran naja gut dann würde ich sagen ja das kann man aber machen so und jetzt kann die incarnation diese rüstung hat er noch welche nein oh 125 ist ordentlich die Bestie die Bestie ist doch schon da ja jetzt können wir nämlich wieder den hier nehmen und der gibt ihnen den Rest naja eigentlich Verschwendung machen einfach einen normalen Angriff so und jetzt wenn es geht jawoll nice Schlafsack benutzt mal ein Kaffee einschenken das war easy so wollen wir mal sehen was wir looten können Schattenessenz in Halt rank ist immer gut müssen wir die nicht kaufen ja Krog der ist wertvoll die Quellenhunde noch das dauert noch sehr lange 135.000 EP brauchen wir noch einen Moment so ja eine alte Münze wir müssen noch mal gucken was wir jetzt für eine Quest haben ja Moment da oben müssen wir hoch Grafik ist in meinen Augen auch fantastisch aber das Spiel ist auch generell Astrein ja da ist so ich glaube wir gehen außen rum da hatten wir ja den den Troll erledigt na da geht alles armlos hätten wir auch da rumgehen können Moment mal sind alle noch im Team bleibt ihr denn wollt ihr da nicht rüber gehen oder was gut dann geht's hier auch durch ne okay da mit dir so jetzt aber vorwärts hier was war das hier ist irgendwo was was ist denn hier los weiß nicht ob es das gewesen ist hier ist noch was anderes hier ist natürlich so und hier geht's denn hier runter das ist zwar auf ich weiß nicht hier war doch auch eine Höhle ne wo war das aha so wir gehen jetzt erstmal hier rüber gucken wo es hier lang geht ein Rucksack ich weiß nicht was das bringt dann kann man oh Kiste Kiste mit verschiedenen Vorräten Schlossknacken so das muss Sibylle machen die Schlossknackerin hohohoho ja passt wo einer drauf auf Rubin ja so gleich den nächsten nächsten Kampf so das könnte aber schwieriger ja ja es ist ordentlich hm wer ist hier eingefroren ach die Beste hier ist eingefroren ich glaube die können sie nichts machen testen wir mal doch so magische Rüstung hat er noch äh leider noch elf und der Schlachtfeldstampfer kaboom so los sie du wirst ihn jetzt ausrotten noch einmal zu schlagen noch einmal zu schlagen jawohl begiftet sogar noch Sibylle Sibylle ach verfehlt schade so so schlafen tut er auch gleich noch so das ist doch der letzte Gegner wie da hinten ist noch einer ah und er kühlt oh 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 da rutschen wir bestimmt drauf aus ne er ist schön nah dran ich glaube er hat keine magische Rüstung ne er ist perfekt er steinert so los sie den Schlachtfeldstampfer so Sibylle 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 wo ist hier Sibylle da hier wieder physische Rüstung Sibylle 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 Württ Sibylle august Sibylle Sibylle sind Sibylle Sibylle D YouTube Sibylle Sibylle W Sibylle K Das müsste es gewesen sein. Na, nicht ganz. Ah! Ich dachte, das wäre die aufgeblähte Leiche gewesen. Tappel, tappel. Wunderbar. Jawohl. Erledigt. Ja, läuft gut. Bleibt jetzt die aufgeblähte Leiche bei uns und geht mit uns mit. Das könnte natürlich sein. Sowas hatten wir noch gar nicht. Flaches Grab. Erstmal schaufeln. Erstmal. Der Krug, der ist wertvoll. 100 Gold und der Rubin ist 270 wert. Alles voll Blut hier. Oh, Schrift. Achso, nur eine Schriftrolle. Na ja, immerhin. Oh. Na, Stufe 2. Können wir verkaufen. Noch ein Rubin. Okay. Ja, nee. Das haben wir jetzt nicht anders machen müssen. Gehen wir immer Mirella, weil die ist unsere Händlerin. So. Aber hier muss ja irgendwie... Können wir hier hoch? Ja. Warum? Auch immer. Dahinter ist doch... Hier auf dem Minimap da oben, den blauen, türkisen Punkt. Da müsste man... Nö, das ist... Nö, nee. Aber manchmal hat sowas einen Grund. Dass ich irgendwo rauf teleportieren kann. Oh, hier ist nix. Nö. Sag ich einfach mal so. Es kann natürlich sein, dass hier was ist, aber... So. Gut. Geht's da hinten noch durch? Ich glaub nicht. Nein. Ähm... Hier wollten wir aber weiter. Na, erstmal speichern. Moment mal, liebe Freunde. Nach der E-Dampfe... Mach ich mir immer noch... Eine Pfeife. Ein, zwei Züge... Tabak hinterher. Ist hier eine Leiter? Nö. Das ist schade, dass hier nichts ist. Oh, jetzt ist aber die Frage... Was soll das hier? Da ist nix. Glaub nicht. Hier rauf. Nö. Ich glaub nicht. Gut. Das ging wohl nur hier darum, was wir gerade hier gemacht haben. Und hier müssen wir jetzt weiter nach Süden. Ja, hier waren wir ja. Hier hatten wir schon mal einen Kampf. Schatten. Haftes. Tote. Weiß ich nicht, was wir hier noch machen sollten oder könnten. Ach, hier hätten die zur Höhle, ja. Da waren wir schon mal drin, aber ich wollte da eigentlich nochmal komplett nochmal rein. Und dann werden wir das jetzt auch machen. Quellen durchtränkt. Aha. Wie ist das passiert? Hier werden starke Gegner kommen. Einen Moment. Ich hab mir das jetzt so angewöhnt. Nach dieser Folge höre ich immer noch Musik. Nicht über den Kopfhörer. Also ich hab hier Kopfhörer für 300 Euro. Damit hört ihr mich auch hier. Von Bayer Dynamics. MMX 300. Die kosten auch 300. Gibt's jetzt schon in der verbesserten Variante. Das ist Made in Germany. Bayer Dynamics. Und die machen Fünferbässe. Also wenn du die auf den Ohren hast. Du kannst die auch so laut, kannst die gar nicht drehen. Denn Platz hat Trommelfeld. Wirklich. Aber ich hab auch sehr gute Boxen. Die hab ich aber schon 20 Jahre. Von Kanton. Hab ich noch in D-Mark bezahlt. Die haben mal 2000 D-Mark gekostet. Die Boxen. Und die hab ich für glaube ich für 600 D-Mark. Früher gebraucht gekauft. Naja und bis 22 Uhr kann ich ja Musik hören. Über Spotify. Und ja um 22 Uhr ist ja Nachtruhe. Und die halte ich natürlich auch ein. Und die Leute müssen ja auch arbeiten. Ja so sieht's aus. Sonst macht man sich in den hellen Nachbarn noch unbeliebt. So. Ähm blutiger Arm. Ja. Wir hatten hier schon mal einen Kampf. Ihr seht das Skelett ist schon gelootet. Hm. Und hier nach darüber. Ja wir haben hier momentan gar keinen. Hier geht's auch noch weiter. Ja. Wir gehen einfach mal los. Weil hier wird noch ein Kampf kommen. Den würde ich. Moment. Wenn geht's hier weiter. Da ist Sackgasse irgendwann. Gehen wir mal. Ach das ist ja zitternde Zwerg. Den hatten wir schon in einer Folge. Quellen durchtränkt. Das war doch die Pfütze da ja. Genau. Ähm. Glaub nicht. Manchmal muss man sich natürlich. Teleportieren. Aber hier wohl nicht. Hier oben kommen wir ja her. Na da war ich auch schon. Aber es wird ein harter Kampf. Der hier kommt. Geile Musik. Toter Quellen-Magier. Schwer vorstellbar. Schwer vorstellbar. Dass dieser höllische Torso. Ohne Gliedmaßen. Einst ein gehendes. Sprechendes. Denkendes Wesen war. Genau wie du. Hm. Oh das war jetzt zu schwer. Torso. Ähm. Ja. Geben wir hier noch. Gabis Robe. Mirella. So. Ja. Das können wir auch noch verkaufen. Das würde Mirella sowieso verkaufen. Ach das sind die Teleportationshandschuhe. Hat den Helm. Den müssen wir auch noch jemand aufsetzen. Den hat sie doch nicht auf. Magischer Stahlhelm. Ne ne. Wir haben einzigartigen Helm. Der ist aber schlechter als den. Den wir ja aufsetzen könnten. Aber den würde ich. Ihm. Ja er hat jetzt immer noch den. Den kann er jetzt auch nehmen. 54 Rüstung. Und magisch. So. Der steht im Gurt. Was das jetzt so ein Sound war. Weiß ich auch nicht. Einen Moment. Ich muss den Kaffee noch austrinken. So. So. Wenn wir jetzt umdrehen. So war das beim letzten Mal auch. Kommt ein Gegner. Hier müsste man sich bestimmt. Teleportieren. Da hinten. Da hinten. Da hinten ist eine Plattform. So. Dann müssen wir mal. Sonst ist hier nichts Schaufel und so. Was ist das? Explosive Mine. Da müssten wir uns hin teleportieren. Und von hier aus. Müssten wir uns wohl. Hier ist eine Luke. Hinten teleportieren. Hier ist. Ja. Hier ist weiter. Gut. Dann wissen wir. dass wir das machen müssen. Jetzt geht es nämlich los. Losi. Setzt sich. Das dauert jetzt ein bisschen. So. Losi nimmt jetzt erst mal. Grella. Ach das geht. Steht hier nicht runter. Ne. Da müssen wir was anders machen. Gehen wir da hin. Ich weiß nicht ob es geht. Das werden wir gleich wissen. Ja es geht. Da geht es denn. Nehmen wir Grella. Hat natürlich ein bisschen Schaden genommen. Das macht aber nichts. Kurz warten. Mal gespannt wie das da unten weiter geht. Oh komm. Bin ich mal ein bisschen blöd. Dass man so lange warten muss. Mal beim teleportieren. Das hier. Sehr mysteriöse Musik. der Schaden wird reflektiert. Jetzt muss sie die Handschuhe ausziehen. das sind glaube ich die stärksten die Nässe hat sie nicht sind die nicht für sie wie war das so jetzt nehmen wir einfach Mirella jetzt holt sie Losi da oben weg oh 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 das Ziel ist zu weit entfernt das ist aber gar nicht gut weil dann kriegen wir Losi hier nicht runter sie kann sich nicht selber darunter teleportieren aber das verstehe ich jetzt nicht das ist jetzt zu weit weg das ist ja blöd ich muss sie auch noch ein bisschen näher ran so müsste so ein Mist wir kommen nicht weiter vorwärts es wird nichts ja ohne Losi wenn da unten das ist ärgerlich ich weiß nicht ob wir das alleine schaffen weil Losi ist ja unser stärkster Charakter glaube das können wir anders machen da müssen wir hin hier hin gut lassen wir die Falltür erstmal Schlafsack erstmal speichern falls der Gegner kommen oder so so jetzt müsste es gehen ja immer noch nicht aber das ist aber ärgerlich ja meine lieben Freunde das kann jetzt müssen wir ohne Losi weiter irgendwie müssen wir auch wieder da hochkommen wenn wir Losi jetzt anbinden sucht sie na ist zu weit entfernt gut dann muss Losi da bleiben dann müssen wir das so schaffen ich weiß ja nicht was uns hier erwartet erstmal die Falltür würde ich mal sagen wo sollen wir denn jetzt da ist Losi jetzt sind wir auf der anderen Seite können wir wohl nur mit drei Charaktere machen aber wir wollen wir erstmal wieder hoch hier und uns hier umschauen da hinten ist einer am rumwetzeln da hier so ich auch noch schau hier du hast du hier du creier little maggots du wickled up du bow zu mir Sagen, dass du einfach nur reden willst. Du bist hier, um etwas über Quelle zu erfahren. Zu erfahren, verlangen, wer sein Herr ist. Mord Achaim, bekommt er das für den Verrat an den Zwergen? Die Waffe. Oha, das ohne lossehe. Schauen wir uns erstmal die Gegner an. Da. Und hier noch einen. Da oben ist auch noch einer. Könnte spricht werden. Da oben ist. Ach, wer fehlt? Ärgerlich. Moment. Ah, Mist. Das wird schwierig. Ohne Lossee. Ohne Lossee. Ohne Lossee. Ah, magische Rüstung. Er hat keine magische Rüstung, das ist gut. Dann wird er versteinert. Schön verfehlt. Infiziert ist stark. Kale! Ah, schade. Verfehlt, das ist gut. Jetzt wird es langsam ernst. So, den haut er tot. Jawohl, die anderen haben auch noch was abbekommen. Das war sehr mächtig. Ähm, er sieht auch noch sehr gut aus, ist ja unser Nahkampf Spezialist. So. 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 Dann noch magische Rüstung. Leider schon. So, das killt aber. Hier. Woah, 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 woah. Woah, 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 woah. Hey! So, da ist sie schon mal raus. Jetzt muss die Bille sich erstmal selber heilen. Ah, das hat sie ihr eher noch geschadet. Abendessen. Ah, auch! Mist, weil sie vergiftet ist. Dann ist das alles vergiftet. Ah, das war jetzt nicht so gut. Oh, die Bille. Und die andere ist auch down. Das schaffen wir nicht. Healer. Naja. Oh, böse. Böse, böse. Der auch noch. Eieieie, schaut euch das an. Jetzt wissen wir auch, was der drauf hat. Oh, 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 oh. Alter, Vater. Was hat die denn für Power? Zeig uns das an. Dann zeigt er nicht an. Oh, 2500 Leben. Da haben wir keine Chance. Das müssen wir mit Lucy zusammen machen. Aber jetzt haben wir was gelernt. Ja. Wir können noch versuchen, uns wieder zu beleben, aber... noch nicht, aber... die sorgen erst dafür. ja das bringt meistens nichts böse 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 alter ist das ein Mistvieh und nochmal der ist gleich down aber der große Biest die Höhle können wir erstmal vergessen in den nächsten Folgen wir können unsere Charaktere noch pushen aber wir bräuchten auch Lucy also ohne Lucy das ist unser stärkster Kämpfer ja ja jetzt wird's los hier auf die Bestie ne da fehlt down nicht ganz aber jetzt hohoho na vielleicht so das war's ne na ok los sie lebt noch da oben aber meine Herren ja ihr wisst was das bedeutet wir können an und für sich na wir laden das hier mal gucken na wenn wir noch ein Level aufsteigen den haben wir können unseren Charakter auch pushen müssen wir auch weiß bloß nicht wie wir alle vier Charaktere runter bekommen achso hier haben wir geladen naja wir können noch mal kurz was anschauen gehen wir einfach erstmal hier rein da geht's ja auf jeden Fall nicht weiter das haben wir jetzt gesehen so sind wir jetzt hier geht jetzt weiter ach du Schande na das könnte man wohl schaffen aber das machen wir heute nicht mehr obwohl wir überlegen kurz aber wir werden es versuchen mal gucken zack aber mächtig dass schon der Stamper hinterher so kaboom die Macht das bringt ja nicht viel das Blutfeuer eine Räller so das war einfach und jetzt den kriegen wir auch noch ein Gift bringt glaube ich nichts gegen den so diese Rüstung hat er nicht mehr nein so magische er hat 700 magische Rüstung das bringt nichts wenn wir das mal achso Moment nein hier noch Opfer geht nicht ich glaube hier ist nichts mehr was wird da ne na gut dann können wir nichts machen Räller magische ne leider ja geht nicht geht so es geht erst mal darum dass wir wissen wo wir hier hin müssen was ist das wo wir hier hin müssen also wer ist mal eingefroren das geht ist so denn hier noch das ist aber keine Schaufel ne doch so der ist harmlos der ist wertvoll zarter ring hier kommen wir nicht weiter wieder ab ins loch so so wir sehen geht jetzt nicht weiter ne na ne hier ist auch ne Grenze das ist ein Gegner ne also jetzt habe ich auch kein Bock mehr ne meine lieben Freunde das ich meine den könnten wir auch platt machen ist ja aber sehr groß auf dieser Seite sehr groß es könnte auch sein dass wir von hier aus dort rüber kommen los die steht ja hier ok wie kommen wir überhaupt hier hin Balltür ach hier waren wir dann müssen die sind aber die starken Gegner ich weiß momentan nicht wie wir alle vier Gegner darüber bekommen und hier aus darüber das kann ich mir eher nicht vorstellen ja bringt nichts gut das in der Höhle das muss ich mir mal angucken beim anderen YouTuber dass ich weiß wie wir alle vier Charaktere mitbekommen dann haben wir da gute Chancen da unten aber das eine Fisch war mega stark aber ich zeige dir noch was ich habe jetzt nach dem Kaffee habe ich immer richtig Durst auf ein schönes Hefeweizenbier das schöne Mucke hören ein bisschen Party machen Party kann man auch alleine machen früher habe ich das mit vielen Leuten zusammen gemacht man war ja auch mal jünger ähm ja was wollte ich jetzt einen Moment ja wir haben hier noch vier Punkte ja bei Lucy hier haben wir schon investiert hier haben wir auch noch vier Punkte und hier nichts mehr so hier nichts mehr Lucy hat hier noch fünf Punkte wie ihr seht extrem ein Punkt sechs Punkte ja kommt der kleine Fratz und geht jetzt hier noch hin Bille Null Null Ein ja er ist Überredungskünstler den Punkt kann man auch jederzeit wieder zurücknehmen bloß wenn man jetzt hier bei Null eininvestiert kann man den nicht mehr wieder von Einen auf Null setzen also den Einen kriege ich hier nicht weg und den auch nicht das ist in dieser Sparte geht das nicht so dann haben wir noch hier haben wir auch noch einen Punkt beim Zwerg hier haben wir auch noch einen Null Null ja die Möglichkeiten haben wir noch was gab es denn hier noch einen Moment da muss ich mal kurz was gucken Telekinese ermöglicht der Gegenstände unabhängig vom Gewicht telepathisch zu bewegen ja vielleicht kann man mit Telekinese auch hat hier jemand Telekinese ja der Zwerg hat Telekinese ja der Zwerg hat Telekinese weiß bloß nicht das würde ich gerne mal testen Telekinese Fertigkeit ich sehe hier aber oder ist hier jetzt die Telekinese Lese jetzt kann es ja nicht sein weiß nämlich nicht wie man die Telekinese aktiviert das habe ich in Teil über 60 Stunden nicht einmal gemacht weiß ich nicht ähm ja wir hatten ja hier die Quest hier ist ja die rote Flagge die rote Flagge das ist die Quest Markierung jetzt müssen wir auch in diese Richtung es wird nämlich leider nicht ganz genau angezeigt wo wir hin müssen das war bei Skyrim ja immer also bei Skyrim war das immer ziemlich wer bist du denn hier? Etienne? Nachfragen auf welcher Seite auf welcher Seite wobei sagen dass du natürlich auf ihrer Seite stehst na sagen dass du immer auf Jimmys Seite standst und damit jetzt nicht aufhören wirst erst mal still sein sie cocks her skull to one side with a nightmarish creak though her shiny visage is completely devoid of emotion you sense confusion in her manner confusion and more than a little scorn quick now quickly do you support divine order or black ring? den göttlichen orden oder den schwarzen ach das ist der schwarze ring daher haben wir jetzt ja die habe ich am Anfang des Let's Plays haben wir jetzt ja der Zwerg hat jetzt ein einzigartiges Schwert und ein einzigartige Schild vom schwarzen ring deine untersuchung für den göttlichen orden proklamieren möge Dallis jange ne die Dallis den der hatten wir schon mal gekämpft überhaupt nicht ihr sagen dass schwarz nie aus der mode kommt natürlich unterstützt du den ring das ist wohl besser sie informieren dass du nur dich selbst unterstützt schnauben und sagen dass du auf keiner Seite stehst weil eine weil eine schlimmer ist als die andere so den schwarzen ah indeed i needn't even a vast i can see it on you malevolence darkness it hangs off you like an ill fitted cloak like a rancid second skin i cannot suffer you to live so da sind wir ja mal gespannt am Ende des Let's Plays kommt doch noch was interessantes so das sollte eigentlich das ist kein Problem was das zu bedeuten hat weiß ich natürlich noch nicht das werden wir gleich wissen so los sie das sollte sie gleich erledigt haben das könnte schon reichen wie viel hat sie? nö hat sich erledigt jetzt 7500 ja man denkt dass man kommt da geht es nicht weiter und auf einmal taucht ein Charakter auf und dann geht es doch weiter Zirkskralle der schwarze Ring studiert schon lange die Toxine in den verdorrten Leibern der Untoten ihr charismatischer Nekromant Zeigthiel war der erste der entdeckte dass sie schon mit einem abgebrochenen vertrockneten Finger ein Heiltrank in einen Gifttrank ja das kenne ich so eine Tralle hatten wir schon mal oh mächtig Unmephalin geil plus 2 Konstitution plus 1 Verstand plus 20% Giftresistenz ein Krebsführung ein Einhändig ein Polymorph und wir haben jetzt die ablenkende Barriere also entweder für einen Zwerg oder für Lucy Gold hochwertige gepeinigte Seele wenn du dir diesen Schädel ans hältst kannst du ein leise schreckliches Wehklagen hören als würde eine Seele unvorstellbar Qualen leiden so der ist mächtig hier geile Sache 54 physische Rüstung also den den würde ich ihr nicht anziehen ups sie hat ok schon lange keinen Gürtel mehr gehabt aber sie hat 500 physische Rüstung und auch fast 500 magische Rüstung ähm den würde ich ihm geben ach der hat sogar schon mehr 500 physische Rüstung telekinese ach daher hat er die telekinese ablenkende Barriere ablenkende Barriere hier Geschosse die dich treffen werden zum Ursprung zurückgeschickt dies hebt die Wirkung des Geschosses allerdings nicht auf bietet 115 physische Rüstung kriegt er immer wieder ja geil sehr geil dann hat sich das doch noch gelohnt hier ist hier noch was ach los hier ist wieder überladen ähm dann werden wir das noch einen Moment 140 von 240 so den kannst du wetschmeißen den Ring hier fallen lassen Holzmissgabe dann kannst du ja auch wetschmeißen so geht wieder einen Moment meine lieben Freunde ich muss hier erstmal hier ich weiß gar nicht wo wir jetzt hier liefs Bücher ne ne Moment ne leider nicht das ist wieder er hier gut wo sind wir denn jetzt hier sag mal was hab ich da gesehen ach hier sind wir gleich wieder hier ist der Schrein vielleicht muss man auch mal hier lang in die Richtung und hier sind wir noch gar nicht gewesen hier oben da geht's auch noch weiter was ist das hier ein Klosterwald das ist klar ja und unser Hauptziel ist natürlich auch hier auf diese Insel zu kommen also ich würde sagen wir bleiben hier machen hier einen Break speichern ab so habe ich jetzt noch knapp zwei Stunden Zeit Party zu machen um Musik zu hören ich bin nämlich ein Partylöwe ja der Robin Hood gut dann machen wir hier das nächste Mal weiter ja meine lieben Freunde das war die neueste Folge da findet ihr Original Sin 2 ich hoffe es hat euch gefallen mir hat die Folge gefallen aber haben wir auch was gelernt wegen der Höhle da können wir erstmal nicht rein naja es gibt noch viel zu tun ja und morgen geht's weiter würde mich freuen wenn ihr wieder mit dabei seid na dann bedanke ich mich fürs Zuschauen wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag genießt euer Leben ja und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder bis zum nächsten Mal euer Robin Hood bye bye